Du lebst also wirklich noch? Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Möchtest du Ganons Macht vertrauen? Und Router befreien? Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. Die Karte hütet dieser Leitstein. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gib nicht auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast alle Kontrollsiegel gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin, aber bleib wachsam.